Ja, bevor das Video losgeht, kurzer Hinweis, es gibt einen 22%-Code nur an diesem Wochenende, ein Flashdell für Leadership-Kurse Juni 2022, einfach in der Kaufverwicklung eingehen und sparen. Ich bin ein Patroport, Diplom-Psychologe und so weiter, Experte für toxische Beziehungen. Und ja, mir liegt es einfach auf der Seele, ich muss da nochmal ein Video zu machen, zu der Rezeption des Johnny Depp-Member-Hört-Urteils in den Medien. Also die ist komischerweise ganz anders als die Rezeption offensichtlich auf Social Media. Und ich habe mal wieder, und es steht einfach in so einem frappierenden Widerspruch, und ich muss das einfach nochmal thematisieren, weil mich das auch so triggert. Und irgendwo auch aufregt, warum nicht mal ein Mann Opfer sein darf. Ich meine, ich kenne es wirklich aus meinem Umfeld, aus meiner beruflichen Arbeit, dass sich definitiv solche Prozesse abgespielt haben, wo Männer Opfer werden und wo es auch Fallstandstudien gibt. Vielleicht ist das nur ein kleiner Fall. Ich hatte jetzt mal so eine Zahl gehört von 10%, ich weiß nicht, ob die stimmt, wo es eventuell eine Sache nicht korrekt ist. Aber 10% wäre ja auch schon was. Vielleicht sind es auch nur drei oder vier, aber es gibt definitiv falsche Aussagen. Und Männer, die Opfer werden, das ist einfach so. Und ich richte das total auf, wenn das immer wieder so negiert wird. Und ich habe mir mal so einen Artikel rausgesucht, kann ich auch unten verlinken. Was heißt rausgesucht? Der ist mir in die Timeline gespült. Und ich dachte, ey, und ich habe aber vieles sowas gelesen. Ich finde es einfach krass. Und das überschrieben, Feministin ordnet ein zwischen Spott und Häme stirbt MeToo über die frauenfeindlichen Dynamiken des Fört-Prozesses. Das ist schon das erste Ding. Also, klar, MeToo ist eine ganz wichtige Bewegung, überhaupt keine Frage. Ich weiß noch nicht, warum MeToo da jetzt irgendwie, nur weil Männer, also Männer vielleicht auch MeToo sein können, wo da jetzt das Problem ist, verstehe ich überhaupt nicht. Und ich finde solche, wie ich jetzt gleich sehen will, solche Artikel sind eine Gefahr für MeToo, die negieren, dass auch Frauentäterin sein können, wie auch immer das jetzt da genau war. Und auf jeden Fall ist es ja, denke ich, ein reichen, die Jury hat so gesehen, das muss man nicht alles wiederholen, viel größere Gefahr für MeToo, wenn wieder gesagt wird, Frauen müssen immer geglaubt werden und immer sind die Männer schuld und immer sind die Männer böse. Ich weiß auch nicht, was das mit Gleichberechtigung zu tun hat, wo ist da Gleichberechtigung, wenn gesagt wird, Männer sind immer Schweine, Männer sind immer Narzissten und wenn eine Frau irgendwas mal beschuldigt ist, ist es immer wahr. Und Frauen sind das gute Geschlecht, mehr sind das böse Geschlecht. Wo sind das Gleichberechtigung? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht, vielleicht könnte ich mir das erklären. Für mich ist das super einseitig und es ist für mich männerfeindlich, sage ich ganz klar. Weil da ist ja nun wirklich belegt worden, dass Amber hört auf, wenn jetzt keiner dabei war, aber definitiv gelogen hat. Sie gibt zu ihm geschlagen zu haben. Sie hat sogar dieses Fingerkuppe zugegeben auf eine andere Tonaufnahme, die jetzt halt auch noch mehr Leute drauf waren. Das ist ja nicht zugelassen worden, aber definitiv mit Johnny Tepo, als er sich einen Missbrauch betrieben hat und nachgewiesenermaßen. Und dann zu sagen, das ist ein frauenfeindlicher Dynamik, das ist für mich so eine Verdrehung. Ich meine klar, jeder guckt so durch seine Brille irgendwie. Jeder. Aber ich meine, man kann doch nicht immer nach irgendwelchen Ideologien da so rangehen und Fakten außer Acht lassen. Also ich finde, das muss doch faktenbasiert sein. Was gibt es für Fakten? Wer ist hier was? Wer hat welche Rolle? Und ich finde, vielleicht sollten wir auch mal drüber rausgehen über, ähm, weiß ich nicht, Frauenrechtsaktivistinnen, Männerrechtsaktivistinnen und das gemeinsam mal wieder betonen. Da müssen wir uns ja nicht immer mehr trennen. Ja, mein Gott. Okay, in dem seit sechs Wochen laufenden, äh, also das halt von, äh, ja, ich verlinke es hier drunter mal. In dem seit sechs Wochen laufenden Verlaufungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard, ja, hat die Jury nun beide Parteien für schuldig befunden. Das ist schon, das ist, also das kann man doch nicht vergleichen. Also Johnny Depp hat in allen Punkten recht gekriegt. Amber Heard hat nur in einem Punkt recht gekriegt, der noch nicht mal einen Johnny Depp betrifft, sondern nur seinen Anwalt. Sein Anwalt hat irgendwas gesagt. Und nochmal, ich habe das schon in einem Video gesagt, wenn nur ein Fußballspiel 10 zu 2 ausgeht, dann sagst du dann auch nicht, beide Teams haben verloren. Nur ein Team hat ein bisschen weniger Tore geschossen als das andere. Also ist das so, also das ist für mich so ein crazy, crazy, wirklich. Ähm, ja, äh, der Prozess wurde öffentlich gestreamt und im Internet mit großer Einigkeit kommentiert. Ja, weil die Leute das wirklich mal öffentlich sehen konnten, weil das wirklich, und das ist für mich auch gelebte Demokratie, ja, das eignet sich vielleicht nicht jeder Prozess so, vielleicht ist es auch gut, dass das in Deutschland nicht gibt. Aber das ist für mich Demokratie, äh, auch in so einer Jury, dass man da sehen kann. Ja, hier sind die Zeugen, macht euch selber ein Bild und das haben die Menschen gemacht, groß, also größtenteils, ne. Also ich habe zumindest alles, fast alles geguckt, irgendwie, ne. Klar, manchmal, das spürt man so ein bisschen vor, aber ich habe Originalquellen geguckt, kann ich nur sagen, ne. Ähm, größtenteils. So, auf, äh, da, 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 da. Klar sind, ja, gut, dass es jetzt auch viele Übertreibungen gibt auf TikTok und so, ja, aber, wenn da jemand einfach, aber auch, äh, finden sie hat sich, ich meine, vieles geht bestimmt über die Grenzen, alles gut, aber mal ganz ehrlich, wenn da jemand so eine Show abzieht im Zeugenstand, ich meine, dass das in irgendeiner Weise reflektiert wird auf Social Media und sie sucht, sie hat diese Aufmerksamkeit gesucht, Sie hat sie gesucht, mit aller Macht. Sie hat das höchstwahrscheinlich an TMZ damals gespielt, diese Videos. Sie wollte diese Aufgangsamkeit. Da kann man doch jetzt nicht sagen, das ist auch schon wieder, aber gut, dass da manche Sachen nicht in Ordnung sind und darüber hinausgehen und nicht, wie soll ich mal sagen, geerdet berichtet sind. Ja, meinetwegen. So, Dynamiken fördern, einseitige Parteinahme. Diese einseitigen Parteinahmen erklärt die Autorin Veronika Kracher besonders durch misogyne, also frauenfeindliche Dynamiken. Das ist für mich männerfeindlich. Also wenn wirklich so klipp und klar belegt ist, dass ein Mann, klar, hat auch gesoffen und alles, aber sie hat auch Drogen genommen ohne Ende. Aber wenn wirklich klipp und klar hier belegt wird, dass es ein juristisches Urteil gibt, da kann man doch nicht sagen, das ist frauenfeindlich. Da kann man doch nicht sagen, selbst wenn die Frau so krass als Täterin oder was auch immer rüberkommt, kann ich doch nicht sagen, das ist jetzt, das hat der Mann so, so krass eingefädelt, das ist so ein, so ein super verdeckter, hyper super Narzisst, dass sie das so eingefädelt hat, dass sie jetzt als Narzisstin rüberkommt, als Borderlinerin oder als Täterin oder ich weiß nicht was. Das hat er so krass eingefädelt und das ist alles seine Schuld und er ist der Narzisst. Das ist total männerfeindlich, das ist wirklich so eine Brille. Alle Männer sind böse, alle Frauen sind gut. Leute, da müssen wir drüber wegkommen und das wird auch, ob ich da jetzt Videos drüber mache oder nicht, das wird passieren, das wird passieren und wie gesagt, das geht einfach darum, diesen Kompass mal auf die Mitte zu kriegen, dass man sagt, wir wollen 3D-Beziehungen, wir wollen aus 3D-Beziehungen raus, dann geht es ja auch um ein Buch, wir wollen 5D-Beziehungen und da spielt das Geschlecht nochmal einfach keine Rolle, verdammt nochmal. Und wenn jemand 3D-Sachen, missbräuchige Sachen macht, dann wird es benannt und dann muss man euch den Kopf abreißen, sondern guckt, wie geht es jetzt weiter, aber es ist nicht so, dass Frauen sind die elfengleichen Wesen, die nie irgendwas tun und Männer sind immer die Schweine. Das kann es nicht sein, nicht mehr jetzt. Klar, wir haben wirklich Jahrhunderte, Jahrtausende hinter uns, würde ich auch sagen, mit Patriarchat und wo Männer viel Scheiße gebaut haben, absolut, aber jetzt sind wir ja schon, da hat auch jemand gestern auf der Lesung gesagt, eine Frau, dass sie das einfach nicht mal nachvollziehen kann, dieser Druck, der da auf Männer gemacht wird, wird überhaupt nicht mehr angesprochen, wie früher und ich weiß nicht was, keiner traut sich mehr was, das kann es doch nicht sein, Leute, aber seht ihr das? Ich finde, das kann es nicht sein. Von Frauen wird erwartet, dass sie perfekte Opfer sind. Ja, das wird immer wieder gesagt, aber wenn das jetzt andersrum wäre und dann wäre natürlich klar, dass Johnny Depp der Böse ist, da wird niemand sagen, Johnny Depp ist nicht das perfekte Opfer und sie ist nicht das perfekte Opfer, weil sie einfach auf Tonbändern Verhalten zeigt, was man typischerweise eher mit dem ausführenden Part in Verbindung setzt, dass man es trotzdem in der Beziehung auch toxisch war, ist ja aus beiden das Schlechtes herausgeholt, da sage ich jetzt gerne auch nochmal, dass es für sie bestimmt ganz schlimm war, auch mit ihm zusammen zu sein, weil er sicherlich durch Auslassungen viel gemacht hat, indem er betrunken war und ich weiß nicht was, ohne Frage, aber man kann jetzt nicht sagen, es ist alles frauenfeindlich und sie ist nicht das perfekte Opfer, das ist einfach so eine krasse Verdrehung von Fakten wirklich, Ja, haben wir gehört, habe sich zwar auch selbstübergriffig verhalten, dazu leidet sie unter psychischen Krankheiten und sei bisexuell, aus konservativer Perspektive ebenfalls lasten. Ich lese das vor, nicht, dass ich denke, ich würde das sagen, also über Bisexualität hat kein Mensch irgendein Wort verloren, ja, sie ist bisexuell, ja, so what? Und hat auch ihre Freundin, sie ist ja in Gewahrsam gekommen, wegen häuslicher Gewalt gegen ihre Freundin, ja, sie ist bisexuell, ja, und? Niemand hat es thematisiert, außer Frau Kracher hier, keine Ahnung, warum. Und ja, sie leidet mutmaßlich unter, aber das hat ja schon wieder zu gemacht, psychischen Krankheiten, das heißt aber nicht, dass man sich für die Achsenwalde übernehmen darf, da muss man halt sagen, ich bin nicht zurechnungsfähig, aber nein, er gehört, wollte ja das Superopfer sein, die Superaufklärerin, ja, das ist echt ein zweites Ego-Ding und da kann man nicht mal sagen, kann ich einerseits sagen, ich bin so ein armes Opfi, ich habe psychische Krankheiten und dann aber so auftrumpfen wollen und, weiß ich nicht, irgend so eine Bewegung gegen häusliche Gewalt in den USA anführen, das passt einfach nicht zusammen, sorry, ne? Ja. Hört wurde öffentlich als Borderlinerin ferndiagustiziert. Ja, die Dr. Curry hat sie untersucht, das glaube ich nicht, es ist einfach, es stimmt einfach nicht, es stimmt nicht, es stimmt nicht, es stimmt nicht. Das ist eine Form von Pathologisierung, die Frauen häufiger entgegengebracht wird, um sie ihrer Glaubwürdigkeit zu delegitimieren. Ja, aber dass alle Männer Narzissten sind, ist keine Ferndiagnose und das ist keine Pathologisierung von Männern oder was. Leute, 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 ey. Außerdem musste sie sich anders als Sepp vor Gericht für ihre Partnerinnen und Partner rechtfertigen. Ich habe da, sorry, keine Sekunde gesehen vor Gericht, wo sich dafür rechtfertigen musste, nicht eine. bissexuellen Feindlichkeit und Slutshaming haben noch eine große Rolle gespielt. Sag mal, hat die diesen Prozess eigentlich geguckt? Also ich habe wirklich, ich habe wirklich den ganzen Prozess, ich habe da nichts von gesehen, nichts. Es wird wieder ein Thema reingebracht, was niemand benannt hat, niemand. Oh, ey, 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 ey. Außerdem positioniere sie sich zum Thema häusliche Gewalt in Bezug auf einen erfolgreich beliebten Schauspieler, ja, sie ist auch Schauspielerin, dass sie jetzt nicht so beliebt ist, kann mir, glaube ich, nicht vorwerfen, den viele Menschen nun als ihren Lieblingsberaten kennen. Ich mochte seine Filme nie, sage ich ganz ehrlich. Also, schlief für mich überhaupt keine Rolle. Die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Prozess und seine Memifizierung hätten außerdem ein verbindendes, massenpsychologisches Moment. Ja, aber das ist unabhängig vom Geschlecht, das wäre, wenn die Fakten andersrum wären, dann ist es genauso, ne. Na, kann ich nicht. Gut, dass das manchmal zu weit geht, auf absolut richtig. Es ist für viele Menschen offenbar wahrscheinlicher, dass eine Frau eine groß angelegte Kampagne gegen einen Mann fährt, um ihn zu ruinieren, als dass der Mann tatsächlich gewalttätig ist. Leute, die armen Männer, wirklich, und ich weiß, die melden sich häufig nicht, aber ich kenne, ich kenne welche, ich habe es als erlebt. Es gibt auch in Deutschland Prozesse gegen Frauen, die sie auch verlieren, auch nachweislich. Und Leute, wer das sagt, dass es das nicht gibt, das ist einfach eine fucking Lüge. und ja, vielleicht ist das nicht Alltag, aber das weiß man von Menschen, die total im Ego sind, dass sie Schmutzkampagnen fahren und ja, das war es mal von Männern, das war es mal leider auch von Frauen. Und ja, das kommt vor, nicht jede Frau ist ein elfenleiches Wesen, was noch nie in der Fliege was zu leiden getan hat und wenn Frauen Gewalt gegen Männer ausführen, ist es meistens über Verleumdungskampagnen. Auch das ist einfach so. Ja, das heißt, nichts besser oder schlechter, aber meinetwegen ist Gewalt von Männern, man ist sie meinetwegen auch schlechter, ist mir schauss egal, aber dass Männer immer, Täter und Frauen immer die Opfer sind, das ist einfach kompletter fucking Bullshit, sorry. Das ist eine Verleugnung der Realität. Im Zuge dessen entstehen teilweise Geschichten überhört, die das Potenzial an der Verschwörungsideologie haben. Ja, sorry, ich finde so einen Text eine Verschwörungsideologie, weil der einfach Fakten vom Tisch wischt und einfach mit so einer Brille drauf guckt, dass, ich kann es jetzt nur nochmal sagen, dass alle Frauen Opfer sind, immer und jederzeit. Und das ist Gleichberechtigung, oder was? Ja, schöne Scheiße, oder echt? Naja, was haben wir noch? Auch die Meinungsbildung über derartige Plattformen sind generell höchst fragwürdig. Plötzlich sind tausende selbst da genannte Experte und Experten für Körpersprache aus dem Boden geschossen. Dabei spielt ja aber gerade bei einer Analyse von Körpersprache der Kontext sowie die eigene Projektion eine große Rolle. Ja, und das ist hier keine Projektion. Ja, meinetwegen kann man kritisieren, aber ich sage euch ganz ehrlich, also je mehr ich Medien verfolge in meinem Bereich, in dem ich mich auskenne, über Psychologie, frage ich mich wirklich, also wie ich sehe, wie über diesen Prozess berichtet wird in großen Medien, auch New York Times und ich weiß nicht was, da würde ich mittlerweile sagen, da setze ich große Stücke auf Social Media, weil das glaube ich Sachen viel besser durchschaut und das viel demokratischere Meinungsbildung ist, als weiß ich nicht, weiß nicht was da in diesen Redaktionen abgeht, dass da solche Artikel geschrieben werden, die also einfach nicht stimmen und in vielen Punkten und tendenziös sind und das ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt, muss ich sagen und also wenn alle Artikel in großen Medien so schlecht recherchiert sein sollten, dann sehe ich eine große Zukunft von Social Media und keine große Zukunft für Medien, ganz ehrlich ey, aber meinetwegen, dass man Körpersprache, dass das alles ein bisschen Halbsein ist, meinetwegen, Livestreaming hilft nicht bei der Wahrheitsfindung, sonst soll doch immer alles in öffentlichen Räumen stattfinden und alles dokumentiert werden, und jetzt ist es wieder nicht gut, jetzt ist Livestreaming schlecht, jetzt ist irgendwie Öffentlichkeit schlecht, wenn es um Mann geht, ist es schlecht, wenn es um Frauen geht, ist es natürlich super, aber wenn es um Mann geht, ist es natürlich schlecht. Gut, dass es trotzdem vielleicht Gründe gibt, dass man solche Prozesse nicht regelhaft überträgt, ja, ist in Deutschland ja auch nicht erlaubt, weitestgehend, aber, ja, ich finde es ein Segen für die Welt, dass das übertragen worden ist und ich finde, es hat was sehr Demokratisches, weil jeder Mensch konnte den ganzen fucking Prozess gucken, den ganzen fucking Prozess gucken, ohne irgendein juristisches Wissen und konnte sich eine eigene Meinung bilden, was genau ist, was die Jury macht und die Jury hat ja noch nicht mal oder sollte zumindest kein Social Media gucken. Gut, reicht glaube ich, also ich finde es einfach krass und ich finde, wir sollten, eine echte Gleichberechtigung ist, wenn, wenn gleiches Recht für alle gilt und Sachen, die eine Frau macht, genauso positiv oder negativ oder, oder problematisierend gesehen werden oder auch nicht, wie bei Männern, wenn man sagt, Frauen sollen nicht stigmatisiert werden, dann dürfen auch Männer nicht stigmatisiert werden und irgendwie für ein Diagnosen, also gleiches Recht für alle, entweder man macht für alle das Gleiche, aber man lässt es einfach, oder man sagt halt, ja, Täter-Opfer-Beziehungen, kann man auch gerne sagen, beide haben ihre Anteile, einer, werde ich auch mal im nächsten Video nochmal thematisieren, einer ist vielleicht Bad Cop, Good Cop, es kann sein, dass in der nächsten Beziehung anders ist, wir alle haben Täter-Anteile, wir alle haben Opfer-Anteile, wunderbar, kann man alles so sehen, bin nicht voll dabei, aber hier alles so zu verdrehen, wo es wirklich Kameras dabei war, die ganze Weltöffentlichkeit dabei war und zu sagen, hier geht es um Frauenfeindlichkeit, ist das wirklich eine Wirklichkeitsverleugnung, die, also die finde ich persönlich krass und da sage ich, das ist meine ganz klare Meinung hier und die werde ich auch immer vertreten, als jemand, der, ja, auch, wie gesagt, ich lese ein ganz großes Following von Frauen hier und lese wirklich jede Geschichte von einer Frau vor, die scheiße behandelt wird und steht an ihrer Seite, aber so geht es nicht, ne, also, dass man sagt, ja, Männer, Männer dürfen keine Opfer sein, da, also da müssen wir drüber wegkommen und anders, da wird wirklich, dieser Bewegung wird wirklich so geschadet, wenn, wenn die sagt, Fakten interessieren uns überhaupt nicht, Männer sind einfach immer scheiße, damit wird wirklich, äh, dieser Bewegung der Boden entzogen und nicht durch diesen Prozess, dieser Prozess ist einfach eine Erweiterung, ja, es gibt auch Männer, die unter die Räder kommen, ja, und ja, äh, toxische Beziehungen sind komplex, nur das wird man, äh, wenn das andersrum wäre, hätte da kein Mensch drüber geredet, ob toxische Beziehungen komplex sind, da wäre alles, Johnny Depp was der Arsch gewesen und fertig, damit würde kein Mensch drüber komplexe Tränen, außerdem sind toxische Beziehungen auch nicht so komplex, aber, ja, äh, also, beide waren sicherlich emotional nicht verfügbar, beide haben sich angetriggert, beide haben sich das Schlechteste rausgesucht und, äh, sicherlich, äh, hat Johnny Depp sich auch nicht immer erst rein verhalten und, äh, trotzdem kann das kein Grund sein, was ich immer wieder sage, man kann nicht einfach da rangehen und kann sagen, es ist 50-50, da müsste man das bei Frauen auch machen, die super scheiße behandelt werden und ich lese immer diese Mails vor, da kann man nicht sagen, da kann man nicht sagen, es ist 50-50, man kann sagen, es ist 50-50, dass auch der Co-Abhängige oder der Pluspol nicht rausgeht, ja, das kann man meinetwegen sagen, aber man kann nicht sagen, beide haben gleich viel gemacht, ey, wenn einer fremd geht, dann geht der eine fremd und der andere geht nicht fremd, da kann man nicht sagen, das ist jetzt nur ein Beispiel, weiß ich nicht, das ist ja auch noch die Frage, ob es sich fremd gegangen ist, aber da kann man nicht sagen, es ist 50-50, es ist, ich hoffe, es war jetzt nicht, war nicht zu wir und ihr konntet mir folgen, aber ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung, also auf meinem Kanal, werde ich sagen, wird es immer geschlechtsneutral gehen, ich werde immer, was ich missfreulich finde, werde ich ansprechen, was ich toxisch finde, werde ich ansprechen und mir ist das Geschlecht da scheißegal und ich kämpfe dafür, dass wir in 5D-Beziehungen kommen, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.